Heute ist bei Bauerspiegel Feuerwehreinbungen. Überall rauchen. Das Ort ist der Feuerwehr. Der Feuerwehr. Der Feuerwehr. Der Wiesenweiler. Feuerwehrübung mit Atemschutz. Gerade Hortenübung, aber es ist noch kein starkes Gewitter. Jetzt ist es durch. Vielleicht wollten sie noch Wasser vom Bach nehmen, aber der Bach ist wahrscheinlich fast am überlaufen. Aber man wird auf das verzichten. Auf Sicherheitsgründen. Auf der Hand. Der Böre. Der Böre. Der Böre. Der Böre. Es ist alles offen. Was erstes, wasser du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Frau wurde gerade gerettet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Kühe sind wenig beeindruckt. Hier gibt es Wasser. Ja, das ist schön. Besser wäre eine Trockenheit, die Bewässerung, aber heute braucht es nicht unbedingt Bewässerung. Hier wird es nass. Jetzt hoffe ich, sie reisen das Rohr nicht gegen mich. Jetzt kommt es. Oh, doch. Die Kühe. 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 Jetzt wird noch geräumt oder geräumt, je nachdem. Und vom Artenschutz, hier sind wir auch noch, eigentlich ein sauberes Absuchen und auch die Türen von der Erdung. Jetzt schon alles verräumt, wenige Minuten später. Gibt es noch etwas für den Durst? Jetzt haben wir noch die Ehre auf die Feuerwehrleiter. Dann können wir den Betrieb noch von oben studieren. Ganz extremen, wie das. So hoch. Nein, das gibt es sicher nicht. 100%ig nicht. Ja, das macht einfach ein bisschen Angst, so hoch. 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 sell рядом Ja, das macht einem fast ein bisschen Angst. Ja, das flippt jetzt also. So, wieder unten. So, das war ein interessanter Abend, diese Feuerwehrübung. Und ja, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. So, das war's. 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 So, das war's.